Die Goethe-Galerie ist ein Einkaufszentrum in der kreisfreien Stadt Jena in Thüringen. Sie befindet sich im Jenaer Stadtzentrum auf einem Teil des früheren Werksgeländes der Zeiss-Werke und liegt zwischen Teichgraben und Karl-Zeiss-Platz sowie zwischen Ernst-Abe-Straße und Ernst-AB-Platz. Nach einem Umbau bestehender Gebäude und der Ergänzung durch Neubauten wurde die Goethe-Galerie am 29. Februar 1996 eröffnet und ist seitdem das größte Einkaufszentrum der Stadt sowie eines der größten Einkaufszentren Thüringens. Durch einen Umbau 2011-2012 vergrößerte sich Einzelhandelsfläche nochmals auf etwa 32.000 Quadratmeter. Die Einkaufsmöglichkeiten erstrecken sich über ein bis vier Stockwerke, es dominiert eine die Passage über spannende Glaskonstruktion. Ankermieter sind das Modehaus Sineffers, Intersport, Spiele Max, Tegut und nach dem Umbau seit 2012 die Media Saturn Holding mit einem Saturnmarkt. Eigentümer des Objektes ist ein Immobilienfonds, betrieben wird es von der Weltmanagement Capital Holding. Das Facility Management übernahm im Jahr 2012 die Sauta FM. Die Goethe-Galerie wurde 1997 mit dem MIPIM Award in der Kategorie Business Center ausgezeichnet.